ja hallo mich hier kotze der rucksack und willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten heute fünf top strategien wie du 2021 geld verdienen kannst das ist doch mal eine ansage oder wir schauen uns an haben 659 leute haben das video schon gesehen und keinen daumen runter so müssen die strategien ja cool sein und ich dachte mir mal kommen wir checken das mal ab online geld verdienen aber wie vor allem im jahr 2021 welche strategien vor allem es ist doch das goldgräber jahr 2020 war für mich schon richtig genial zum abschluss hatte ich mir dann halt eine rolex ice out gekauft einfach mal so weil affiliate marketing online business lief einfach so geil man sieht gar nicht wie geil die in echt leuchtet und 2021 wird vielleicht auch da ein jahr genau dein jahr ja warum jeder kauft gerade online ein und so und du hast halt die möglichkeit gerade mit affiliate markt und viele andere sachen geld verdienen aber wir schauen uns einfach mal diese fünf strategien an vielleicht ist da sogar affiliate marketing dabei das wäre natürlich richtig cool funktionieren noch was sind die empfehlungen wie kannst du sofort anfangen online geld zu verdienen in diesem video stelle ich dir meine top 5 möglichkeiten vor direkt im internet geld zu verdienen die auch 2021 noch funktionieren werden und nicht nur dass ich werde und bitte denkt nicht immer auf funktioniert es auch noch 2001 und wenn es im dezember 2020 funktioniert dann wird es auch im januar 2021 funktionieren ja es gibt immer mal wieder ein paar sachen die dann nach ein paar jahren nicht funktionieren oder so aber generell nur weil sich die jahreszahl ändern sind dann taktiken nicht einfach sinnlos bitte also einfach eine mindset sache und bitte frag nicht so etwas kann man mit affiliate marketing noch 2001 so am 30 dezember 2020 konnte man damit noch geld verdienen am 5 januar nicht mehr macht keinen sinn also bitte denn nicht nur einzelne ideen vorstellen und ich dann damit alleine lassen wie viele andere das machen nein ich habe weitere informationen links in der video beschreibung und teilweise komplette videos mit gesamten anleitungen für dich vorbereitet so dass du direkt einsteigen kannst um auch 2021 online geld zu verdienen also bleib auf jeden fall und schreiben was sind denn so 2021 schreiben in den kommentaren was sind 2021 deine favorites womit wird zu 2021 kohle verdienen und was sind deine ziele womit willst du kohle verdienen was sind deine ziele auch vielleicht eine rolex so ein dinges auto reisen oder sonstige sachen ich freue mich über deinen kommentar hallo jeder steve von geniale geld ideen und hallo steve mein geld verdienen ist auch 2021 noch eine super möglichkeit um dir ein eigenes business aufzubauen und das wird auch noch 2022 waren sie eine super möglichkeit sein es sei denn jemand hat das internet abgestellt oder kaputt gemacht oder meine mama hat das internet gelöscht dann vielleicht nicht mehr in diesem video stelle ich dir meine top 5 methoden und möglichkeiten vor wie du sofort beginnen kannst im jahr 2021 online geld zu verdienen ich stelle dir meine persönlichen favoriten vor und ich erläutere auch wieso und ich verlinke dir immer wieder entsprechende videos die ich schon mal gemacht habe mit teilweise komplett anleitungen zu den einzelnen methoden so dass du nicht alleine gelassen wirst sondern dich einfach durch die videos durchgucken und durchklicken kannst um sofort loszulegen wenn du spaß an solchen videos hast dann freue ich mich natürlich über ein like und noch mehr freue ich mich über ein abo für meinen kanal denn da findest du jeden montag und donnerstag neue strategien rund um das thema online geld verdienen und smart investieren ich würde mich auf jeden fall richtig richtig freuen so also steigen wir ein meine top fünf methoden um online geld zu verdienen auch und gerade im jahr 2021 auf platz fünf meiner persönlichen liste ist der blog du könntest also einfach einen ja das ist immer noch und ja ich hatte letztes mal ein coaching teilnehmer hat mein coaching gebucht ich habe mehrere coaching du kannst mich persönlich buchen eine stunde mit mir dein thema durchgehen schreibt mich einfach auf instagram an du hast mein chat zu dafür jetzt system zum beispiel wo es auch über blogs geht eine affiliate einnahmen mit blogs ja und mit dem laptop ja du kannst mit laptop zeit ortsunabhängig arbeiten und mit deinem eigenen blog hier bin ich in malibu du kannst das video vielleicht schickt einfach mal das jetzt dafür jetzt system ab wenn du geld mit affiliate marketing verdienen willst und jetzt aber der eigene blog ich wurde jemand hat mir gesagt aber jetzt aber erst sagt man jetzt vor zehn jahren wird schon blogger ja aber stelle macht wohl jetzt auch vor zehn jahren zum blog angefangen und regelmäßig content produziert wie groß wer der blog dann du hättest dann ein blog womit du 10 20.000 euro verdienst im monat weil natürlich die alten artikel die du vor zehn jahren geschrieben hast wenn die gut waren und ein zeitloses thema ist bis kommen immer noch traffic die neuen sachen bekommt traffic ist du hast fans aufgebaut und so aus dem blog zu starten auch heute ist immer noch genial und natürlich hast du die möglichkeit also ich weiß nicht was er jetzt alles anspricht affiniert marketing was ich die im chat verlebt system beibringen adsense werbebanner und und du kannst sogar texte posten und die werden gesponsert oder so also ein eigener blog richtig geil eigenen blog veröffentlichen warum ist das auf platz 5 weil das mit ein bisschen aufwand normalerweise verbunden ist und du kannst nicht sofort einen eigenen blog monetarisieren wenn du ab doch kannst du sofort es ist blödsinn du hast drei texte drauf du hast ein paar verliert links du kannst im blog artikel ja auch in themen relevante facebook gruppen posten das heißt du hast ein finanzblog und post ist das in finanzgruppen du hast einen immobilien blog post ist das immobilien blog hast du fort häufig drauf hast sofort dann noch vielleicht ein paar amazon links drauf vielleicht ein videokurs und kannst du mit geld verdienen also sofort natürlich nachhaltig ist natürlich der traffic über google über die seo suche oder so da kommt natürlich noch mehr rum aber du kannst sofort ein bisschen traffic drauf machen gratis auch einfach nur ein bisschen kreativ sein oder pintor spinnen oder sonstige sachen funktioniert im forum posten im immobilienforum dein beitrag über die immobilien situation in berlin ja wie man in berlin günstige immobilien bekommt oder so und du wirst garantiert hunderte besucher drauf haben funktioniert aber ein tolles hobby hast oder eine passion hobby lego bloggen klemmbaustein blog mittelalter blog und und oder ich habe sogar zwei fertige webseiten die ich dir schenke in meiner acht wochen in mein acht wochen programm schreibt mich einfach auf instagram an mein acht wochen programm da schenke ich dir dann halt zwei seiten fix und fertig mit digistor 24 die sind fertig du hast nur ein paar kleinigkeiten machen bekommt acht wochen unterstützung von mir und kann sofort mit dem geld verdienen loslegen und eine leidenschaft oder einen beruf in dem du sehr gut bist wo du informationen teils und wenn du gut schreiben kannst dann ist das das mittel der wahl denn ich kann nicht gut schreiben und habe so viel geld mit blogs verdient ich lasse schreiben ja und dann zahle ich hat 15 euro 20 euro für 600 wörter artikel oder es oder ich gebe sofort zehn aufträge auf habe ich sofort zehn blog beiträge und zahl dafür 150 euro aber die blog beiträge verdienen auch geld und die verdienen auch nächstes jahr über dieses jahr noch geld also ganz relaxed kannst du einfach loslegen und irgendwann kannst du so einen blog monetarisieren ich habe nur als beispiel bock auf barsch heraus ist das ist geil angel ist auch mit gar nicht ihr könnt jetzt angeln promoten von amazon von ebay bücher und so weiter sucht ja also du kannst zu unterschiedlichsten themen natürlich bloggen muss aber natürlich ein bisschen zeit aufwenden aber wenn es dann soweit ist dass du viele menschen auf deinen blog bekommen hast dann gibt es natürlich die möglichkeit dass du anzeigen plätze verkauft auf deiner website du kannst auch adsense werbe also es gibt ein bisschen paar texte solltest du schon drauf haben bei adsense werbebanner die sind aber cool aber anzeigenplätze kann ist natürlich auch noch eine möglichkeit aber adsense werbebanner blog mit ein paar coole seiten und du bist genehmigt und du hast dann deine werbung drauf ist gut weiter auf deinem blog oder eigenes mörchen da ist der verkaufen kannst also dass da auch natürlich bist du eine community aufgebaut hast wenn es aber cool ist und wenn es eine nische oder sparte ist und deswegen habe ich hier bock auf barsch also selbst angeln ist eine mega sparte wo man viel viel umsatz mit machen kann und dann solltest du damit einfach loslegen du siehst hier du kannst ein dick bar shirt bestellen also wie gesagt das ist nur eines der vielen vielen beispiele je spitzer die nische desto erfolg versprechen cool mit dem gutschein er verkauft und auch eigene produkte keine affiliate einnahmen keine werbebanner deshalb auch dieses shop ist shop symbol da oben cool da ist so ein blog wenn du regelmäßig information ist es auch irgendwie cool ja und da post ist eine eigenen erfahrungen und so weiter und du kannst auch sehr günstig bzw kostenlos starten zum beispiel mit wordpress ob der auch schuhe hat von der marke barsch food ich laufe barsch food durch den strand oder auf dem strand humor wenn du hat mal gut dass ich kein komiker geworden bin also zum allerersten mal im internet unterwegs bist und nicht weiß wie das macht dann kannst du dir hier eine webseite kostenfrei beziehungsweise einen blog auf der sie jetzt richtig schick gestaltet ist ganz einfach kostenlos erstellen und wenn das hinterher professioneller wird und du auch ein bisschen geld hast dann kannst du natürlich das mit deiner eigenen domain verknüpfen ich würde sofort eine eigene domain machen wichtig ist auch im jetz der affiliates system erzähle weil auf wordpress.com kannst du nicht alle plugins benutzen alle designs und macht dir sofort das kostet auch kein vermögen eigene domain eigenen blog im jetz der affiliates system erzähle ich dir genau welche plugins ich benutze und was du alles machen muss und ja oder wie gesagt du kriegst zwei fertige webseiten von mir im acht wochenprogramm wenn du einfach fertig starten wird und kannst du von in der ersten woche damit geld verdienen und so weiter und dann zahlst du auch ein paar euro dafür aber das ist die möglichkeit die ich dir empfehlen würde wenn du anfangen möchtest selber zu bloggen dann macht das mit wordpress das ist am einfachsten 39 prozent alle websites verwenden mittlerweile wordpress darum meine empfehlung wenn du loslegen willst mit einem eigenen blog den du hinterher monetarisiert und weil du spaß daran hast dann nutze diese möglichkeit auf platz vier meiner methoden die auch 2021 noch funktionieren werden ist es dinge zu verkaufen und einen shop zu eröffnen jetzt hast du oh mein gott wird es das ist viel zu aufwendig wie soll ich das denn machen du musst ja keine webseite mit einem online store erstellen sondern du kannst ja die dinge die dich sowieso begeistern verwenden um erst mal geld zu verdienen das ist eine super möglichkeit und auch so ein bisschen startkapital zu kriegen um dich vorzubilden um weiter loszulegen im internet ok da bin ich mal gespannt weil natürlich das ist schon einen shop machen oder so wenn du das machen wird oder dropshipping shop oder wie auch immer dropshipping ist auch cool aber mal schauen was er wo er hin möchte professionell geld zu verdienen was du machen kannst ist natürlich erst mal deine eigenen dinge die du nicht mehr brauchst zu verkaufen zum beispiel ganz stumpf bei ebay kleinanzeigen reinzuspielen dann hast du auf jeden fall startkapital alles was du ja nicht mehr benutzt ist das auf jeden fall weg vielleicht sogar alles was ein halbes jahr nicht mehr benutzt alles verkaufen hast du auf jeden fall schon mal ein batzen geld zum beispiel für eine investition für einen video kurs oder sonstige sachen also es gibt da immer wieder leute die sagen hey die haben erst kein geld für die mastermind oder so oder für mein jet dafür jetzt ist immer verkaufen die ein paar alte handys und so ein paar computerspiele diese sowieso nicht mehr benutzt haben die rumlagen und schon haben sie das geld zusammen also eine ausrede gibt es dann stellen und du glaubst gar nicht was für dinge egal wie alt und wie gebraucht sie sind menschen teilweise kaufen und wenn du dann erstmal ein bisschen auslöst ist das tut ja auch zum jahresbeginn immer ganz gut dann kannst du so kleine startkapital von ein paar hundert euro glaube ich locker zusammenstellen und ich glaube sogar dass viele da draußen auch tausende von euro zusammen bekommen hört sich viel an aber wie viele alte jeanshosen hast du vielleicht alt in anführungszeichen die noch ein guter zustand sind marken jeans wo einfach mal auch 30 euro bekommen ist oder auch schuhe schau dir mal schuhe an die zweimal getragen sind von mikey oder sowas was du dafür teilweise noch bekommst und das läppert sich nur so zehn kleidungsstücke für 30 bis 50 euro verkaufen ein paar alte computerspiel vielleicht ein paar alte handys die nicht mehr benutzt irgendwelche akkus irgendwelche ladekabel oder sowas auch normal gibt auch manchmal fünf war für oder so und schon oder eine festplatte hast du noch vom alten computer über eine alte grafik hat ich kenne jemand der hat alle seine alten grafikkarte kauft sie irgendwie jedes jahr eine neue grafikkarte und hat die dann alle da noch liegen hätte die sofort immer verkauft hätte er die neue vergünstigt bekommen aber der hat tausende von euros computerartikel rumliegen und die werden ja auch nicht nur keiner will eine zehn jahre alte grafikkarte haben aber eine ein oder zwei jahre alte grafikkarte kriegst du los also wer geht es die meisten haben geht und oder du hast alte spielsachen doch von dir diese sowieso nicht mehr brauchst und zu oder es gibt ja manche die sind 50 und haben noch bei der mama die eisenbahnen womit sie als kind gespielt haben umliegen warum nicht verkaufen irgendwann ist noch mal zeit oder oder werkzeug ich sehe keine werkzeug werkzeug läuft immer du hast vielleicht noch zwei alte baumaschinen da rumliegen oder so kannst du immer geld für bekommen damit dann loslegen andere möglichkeiten auszuarbeiten also das ist eine möglichkeit natürlich dinge zu verkaufen was ich aber viel mehr präferieren würde ist es selber deine eigenen dinge die du zum beispiel als hobby hast wenn du gerne strickst wenn du die möglichkeit hast bilder zu malen oder irgendwas anderes kreatives tust was sich an bohr ich bin überhaupt nicht kreativ technik kann ich nicht brauchst du auch nicht so viel technik für affiniert marketing so ein wordpress blog oder so ist keine hexerei aber design oder so kann ich nicht kann ich alles nicht deshalb also affiniert marken ist das für mich ideal anbieten würde was andere menschen gerne kaufen dann empfehle ich dir zum beispiel bei etsy einmal nachzuschauen etsy ist eine plattform in dem du auf der du deine eigenen zum beispiel gebastelten dinge verkaufen kannst ob das eine iphone hülle ist die du selbst gebaut oder genäht hast oder gestrickte oder genähte dinge oder hier beispielsweise eine eine gravur wenn du im bereich schmuck unterwegs bist und und selber da etwas machen kannst dann wobei das ist eher keine graf wurde das ist vielleicht so ein leser oder leser printer oder so etwas aber ich habe letztes mal gesehen hat jemanden business gab mit einem 3d drucker auf meinen kanal michael kotzer von 0 auf 6 stelle ich ist das video glaube ich mit einem 3d drucker verdient er richtig geld lässt einfach und druck da einfach sachen und da da irgendwie schon ein halbes dutzend drucker kannst du diese dinge da einfach hochladen und du teilst dann an etsy eine kleine provision aber nur dann wenn du auch etwas verkaufst das heißt wenn du kreativ bist wenn du selbstständig bist dann kannst du hier ganz ganz tolle dinge einfach verkaufen und ich habe mal ein video gemacht das habe ich dir oben rechts in der infokarte verlinkt es gibt auch die möglichkeit über etsy digitale downloads zu verkaufen so dass du noch nicht mal selbst etwas handwerklich herstellen muss um es zu verkaufen also so hast du die möglichkeit ohne einen eigenen shop ohne eine eigene webseite ohne einen immensen invest mit den dingen die du selber gerne tust mit an denen du spaß hast einfach online geld zu verdienen in den du über so eine plattform gehst wie gesagt das video habe ich dir verlinkt schau gerne einmal rein Auf platz 3 der methoden die auch ich bin gespannt was ist platz 3 ist platz 3 affiliate marketing ein youtube kanal vielleicht oder drop shipping vielleicht was ist platz 3 auch 2021 funktionieren werden um im internet geld zu verdienen ist wer hätte das gedacht affiliate marketing jetzt ist Marketing natürlich ja ich habe das video nicht gesehen okay jetzt war jetzt nicht mehr viel übrig also wie gesagt ich kann dir einfach nur sagen du willst Affiliate marketing machen dann musst du dir eigentlich einen kurs holen oder so du kannst natürlich auch eins sind das lernen und nach und nach unten zwei drei jahre rum fuchteln oder so oder du holst dir mein ganzes wissen aus den letzten fünf jahren und da ist mein jetzt dafür jetzt system das richtige und wert kopiere einfach mein system für dich ich zeige dir wieder was ich mache genau welche plugins ich benutze und 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 ja und dann stehst du auch hier irgendwann mal im malibu oder wir treffen uns dann wenn ich ein video in aufnimmt ist da einfach spazieren du siehst da ein paar fußabtritte sind dort am strand durch einen riesen bereich ja es gibt nichts was es da nicht gibt Affiliate marketing heißt im grunde nichts anderes als dass du die nicht selber eigene produkte oder eigene online kurse oder seminare entwickelst und kurse verkauft sondern dass du die produkte anderer menschen bewirbst und dafür eine provision erhältst also ein teil des erlöses also im grunde so eine art empfehlungsmarketing das funktioniert auch obwohl viele online marketer behaupten viel marketing sei tot nein das stimmt natürlich nicht wer sagt so etwas so lange leute ein produkt kaufen also es gibt kunden und es gibt leute die haben ein produkt und möchten das verkaufen gibt es dazwischen auch leute die affiniert markt immer und schicken die kunden zum produkt es ist ja nichts anderes es ist ja nichts anderes wie hey du hast jetzt nach verlieren programm ich habe zum beispiel jetzt ein rolex shop und habe ganz viele rolex uhren und habe keine kunden und dann irgendwo sind die kunden und du vermittelt die kunden zu mir und ich gebe dir dann einfach zehn prozent provision pro uhr bevor ich keine uhr verkauft kann ich dir lieber zehn prozent geben und du schickst mir die kunden weil du an kunden dran kommst und das ist das coole das geht natürlich nicht nur damit es geht natürlich mit allen produkten produkten auf ebay amazon digisdorf 24 kurse ja hunde decken yoga zu behörer alles alles und das ist das geniale oder event tickets du hast eine wende getten flug eine reise eine angel zum barsche angeln ja alles das geht sehr sehr geil immer noch an wie du es anstellst und gerade als einsteiger empfehle ich dir nicht klassisches affiliate marketing zu betreiben denn dann hast du erst mal immense kosten du musst eine eigene webseite normalen wenn sie kosten was denn eine webseite wirst du mich verarschen oder was du hast eine webseite ich zeigte zum beispiel im jahr zu sagen jetzt ist dem anbieter drei monate gratis webspace danach hast du zehn domains frei für zehn euro zum beispiel wo ist zehn euro immense kosten für 14 domain zu das so ist hallo du ist eine pizza weniger eine frist eine pizza weniger im monat wo sind das immense kosten bitteschön allerweise haben du musst einen sogenannten lead magnet erstellen nein wofür musst du einen lead magnet es kommt doch auf die taktik darauf an der hat überhaupt keine ahnung lead magnet machst du wenn du dir eine e mail liste aufbauen möchtest musst du als online marketer eine e mail liste haben nein es ist cool das ist so der nächste schritt aber du machst ein lead magnet nur wenn du eine e mail liste aufbauen möchtest und so und selbst da kannst du das einfach nur ein video sein oder eine checkliste oder so was du in einer stunde machst oder du lässt es bei fiverr machen und checkliste und verschinkst dir als lead magnet zeit zu 15 euro bitte wo sind das immense kosten nein du musst dir eine e mail liste aufbauen nein musst du nicht kannst du machen aber es gibt so viele leute die auch im youtube kanal haben nur für affiliate marketing links darunter die rasenmäher testen oder irgendwelche bilder von rasenmäher zeigen und sagen wie cool das ist und jetzt kauft das bei amazon nein du musst keine e mail liste machen brauchst spezielle landing page generatoren also nein brauchst du auch nicht ich habe zum beispiel wordpress habe ich fast alles gratis tools bilder du musst dich mit suchmaschinenoptimierung auskennen damit ja das ist je nachdem was du für eine taktik hast wäre es cool aber das lernst du auch nach und nach also wenn du einen blog machst musst du dich mit suchmaschinen irgendwann mal auseinandersetzen ja ist auch keine raketenwissenschaft aber wenn du in youtube kannst ja auch das über instagram oder pinterest machen oder 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 also nein deine website überhaupt gefunden wird du musst irgendwann anzeigen darauf schalten nein ich schalte überhaupt keine anzeigen ich gebe überhaupt kein geld aus für facebook ads warum soll ich facebook irgendwie 20.000 euro im monat geben kann ich mir lieber eine schöne uhr oder damit du traffic bekommst und so weiter und so fort das heißt du brauchst monate bist du überhaupt erst mal geld verdienen kannst und nein du kannst relativ sofort immer in acht wochenprogramm gebe ich dir sogar zwei webseiten und kannst du fort geld verdienen natürlich umso mehr du die optimierst umso mehr zeit du investierst umso besser ist es dann brauchst du geld dass du investieren musst um diese ganzen technischen voraussetzungen überhaupt einmal zu schaffen und ich hätte meine technischen voraussetzungen betonen das weißt du die sind in der regel so beschaffen dass du kostenlos loslegen kannst was ich also empfehlen würde ist ich habe zuerst das erste jahr ich war ja für 2015 flaschen sammel in berlin und das erste jahr 2016 habe ich nur gratis traffic von facebook es gibt da auf meinen kanal michael kurz so gibt es ein video wo ich fast 300 euro am tag mit ebay verdienen zwei tagen in einem monat und über 2000 euro auf jeden fall in diesem monat geschafft habe ohne einen cent auszugeben für eine landing page oder einen cent auszugeben für facebook und alles gratis traffic das zeige ich auch im jetze dafür jetzt das team übrigens einfach vom strand aus den kann noch einen kleinen computer hinten im rucksack mit dem fahrrad gefahren mich irgendwo im schatten hingesetzt am meer mehr geschaut bis in facebook gepostet geld verdient natürlich war das komplett arbeit also acht stunden am tag 68 stunden habe ich schon gearbeitet aber ich habe morgens um sieben bis acht neun uhr was gearbeitet dann mittags um 12 23 uhr noch was gearbeitet und abends noch mal was dann komme ich auf meine zwölf stunden dazwischen habe ich die den dach genossen ja ohne einen cent auszugeben erst mal einen account bei digistore 24 zu machen das ist die größte plattform im bereich affiliate marketing und auch die bekannteste ja bis cool kannst du machen in deutschsprachig und in meiner mastermind gruppe sechs monate intensivbetreuung habe ich ein foto das ich im ersten jahr so gut wie gar nichts über digistore verdient habe nur über das ebay partner programm so kann es auch kommt im bereich und da findest du unzählige programme auf dem sogenannten marktplatz und diese kannst du dir durchschauen und kannst gucken was davon möchtest du denn vielleicht bewerben und auf der rechten seite findest du dann immer wie viel provision du von oder für den verkauf so eines programmes oder produktes bekommt das ist aber auch nicht das wichtigste wie viel provisionen du bekommst sondern welchen traffic kannst du besorgen wo hast du vielleicht schon eine reichweite wo möchtest du eine reichweite aufbauen welches produkt ist gut und 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 also die provision ist nicht das ausschlaggebende weil wenn du 100 prozent provision bekommt eine millionen provision und kriegst dafür keine kunden es gibt ja bestimmt viele dinge auf der welt wo eine millionen provision bekommst wenn du in den hollywood hills ein haus für 50 millionen verkaufst du bist du bestimmte millionen provision wenn du ein richtig großen privatjet oder eine yacht eine richtig große jacht die irgendwie 30 millionen kostet kriegst du vielleicht auch eine millionen provision als makler ist normal oder in malibun haus von 20 50 millionen oder so und du bekommst da als sieben oder zehn prozent provision aber wenn du keine kundschaft dafür hast wenn du die scheiß nicht kennst wenn du die schauspieler nicht kennst bringt dir das ja nichts also du musst schon die reichweite kennen und dann lieber mal auch vielleicht nur angeln promoten oder so oder irgendwelche manga sachen oder so ist viel cooler wie alles andere also Wie kannst du jetzt damit geld verdienen ich habe dir in der infokarte wo der fall drauf zeigt ein video verlinkt in der ich dich komplett durch die anmeldung bei Digistore 24 führe von a bis z inklusive der rechnungen und der finanziellen geschichten und der weiteren dinge die du alle berücksichtigen muss bis hin welche rechnung muss du bekommst gutschriften du hast ja keine rechnung die ist du es kostenlos du bekommst nur für den verkauf gutschriften also eine rechnung kriegst du nicht es kostet ja nichts die teilnahme komisch zu dem ersten produkt was du dir auswählst was du dann verkaufen kannst auf meinem kanal findest du unzählige möglichkeiten in der entsprechenden play list schauen wir mal in die playlist rein bei geniale geld ideen im bereich affiliate marketing wie du es schaffst ohne reichweite ohne eigene webseite und ohne all das was man normalerweise braucht um klassisches affiliate marketing zu betreiben trotzdem sofort loszulegen und online geld zu verdienen das ist meine empfehlung also schau dir erst mal das tutorial an zu die die store 24 und dann suche dir die methode die dir am meisten liegt aus meinen videos heraus und kann und fangen direkt an online geld zu verdienen mit affiliate marketing warum habe ich viel marketing denn so weit nach hinten gesetzt das frage ich mich auch war das entspannendeste ich habe in malibu am strande bei starbucks in malibu in new york am timesquare bei mcdonald's zweite etage in venedig am kanale grande überall habe ich schon geld verdienen mit affiliate marketing auf platz drei nur in monaco in monaco bei starbucks einfach deswegen weil es nicht die klassische herangehensweise ist die ich präfere und weil die anderen dinge die ich auf platz zwei und platz eins gesetzt habe der methoden online geld zu verdienen ist aber dir auch ermöglichen viel marketing quasi nebenbei zu betreiben okay das machen viele auch dieser blog dieser blog ist eigentlich auch schon nach verliert marketing so ein bisschen mehr weil du kannst natürlich bei amazon hingehen und die besten bücher promoten wie man barsch fängt oder andere sachen oder auch die t-shirts wenn du keine eigenen t-shirts hast findest du bei amazon bestimmten t-shirt mit fisch motiven oder so oder wir hatten angel oder köder oder so und du brauchst die sachen noch nicht mehr einkaufen also eigentlich ist das auch schon affiliert marketing und damit komme ich zu platz nummer zwei der methoden der besten methoden 2021 online geld zu verdienen und das ist deinen eigenen youtube kanal zu sehr cool natürlich ich habe ja mehrere youtube kanäle und das ist natürlich auch noch mal das geht aber auch richtung affiliate marketing du kannst sofort ohne ein abonnent mit ein paar aufrufen mit affiliate marketing geld verdienen und dann einen youtube kanal du brauchst nicht extra 1000 abonnenten 4000 schon watch time also erstellen auch da wirst du jetzt sagen oh mein gott und ich hatte auch schon auf meine blogs auf meine blogs habe ich auch schon traffic drauf bekommen einfach in denen ich halt noch ein youtube video gemacht zu diesem thema und habe gesagt hey wird so weiter lesen klick unten auf den link dann kommst du auf meinem blog und auf dem blog habe ich dann auch weiter geld verdient also als traffic quelle ist youtube richtig genial durch das denn machen ich bin da hier kein influencer wenn ich jetzt hier hey moritz angucke musst du jetzt ja auch nicht eins kommen da will ich auch hin 55 millionen abonnenten haben und irgendwelche bekloppten sachen machen um dann irgendwelche menschen zu begeistern du kannst auch mit kleineren kanälen durchaus erfolg haben ein kleiner kanal der recht erfolgreich ist es dieser hier ich weiß nicht ob ihr schon mal davon gehört habt ne kenne ich nicht noch nie was schon gehört geniale geld ideen das ist so ein typ der veröffentlicht zweimal in der woche videos zum online geld verdienen krank wer will denn im internet geld verdienen warum macht er das und hat eine tolle fan community aufgebaut und freut sich jedes mal wenn menschen seine videos anschauen und seinen kanal abonnieren und du siehst ich habe 2360 abonnenten zum zeitpunkt wo das ist schon gut spaß beiseite hat das schon gut gemacht auch so 2300 abonnenten ist auch das da wird es echt lustig auch im geld verdienen da macht es spaß ich dieses video hier aufzeichnen und ich bin seit einiger zeit auch monetarisiert und ich habe es einfach regelmäßig gemacht und ich glaube mir ist es wenn du es clever anstellst und eine vernünftige anleitung hast nicht so schwer wenn du einfach dran bleibt über youtube geld zu verdienen das heißt du kannst einfach ein thema aussuchen über das zu reden kannst das kann auch ein hobby sein wenn du sehr cool und das lustige ist er hat auch hier werb auf meinen kanal hatte das auch noch du kannst auch auf seinen kanal werben können wir schicken das mag das will ich eigentlich privat wissen aber da werbe auf meinen kanal was kostet das ganz einfach im internet geld zu verdienen das wollen wir jetzt regelmäßig wir wollen ja geld verdienen kooperation mit genialen geld ideen shoutout 20 sekunden 45 euro full promo ok exklusive promo ok das ist natürlich ja cool schauen wir mal weiter was hat er denn dann noch alles geld verdienen mit youtube also er macht auch schon aus gerne kochst dann kannst du regelmäßig irgendwelche kochrezepte veröffentlichen und vorkochen und leute können das nachkochen wenn du wir wieder bei dem angel beispiel sind gerne angels dann hast du natürlich auch die möglichkeit einfach zu sagen okay ich mache irgendwelche tutorials über die besten fische wie kann ich einen fisch ausnehmen welche sind die besten köder und so findest du rund um dein hobby unzählige themen die du einmal mindestens in der woche aufbereiten kannst in videoform und dann einfach hochladen kannst und dann musst du im grunde nur ein bisschen warten wenn der content gut ist dann wird das ganze funktionieren und dein kanal wachsen so dass du hinterher dadurch geld verdienen kannst das ist die eine möglichkeit was du aber auch machen kannst du kannst wenn den einzelnen videos hier drin bist die werbung können wir mal überklicken hast du auch die möglichkeit hier in der video beschreibung affiliate produkte zu bewerben das hat und das ist sehr sehr mächtig je nachdem was du für eine reichweite hast du schon fast hast bei deinen followern und ja dann kann das sehr sehr mächtig sein ist die größer der kanal ist umso mehr reichweite hast du und je mehr leute dieses video anschauen desto häufiger wird auch auf diesen link geklickt das heißt also mein platz 3 viel marketing kannst du super kombinieren indem du einfach einen youtube kanal erstellt und dann quasi doppelt profitiert einmal durch die anzeigen die bei deinem kanal gestaltet werden und natürlich dann über die links die du als werbung für dein eigenes affiliate marketing reinpacken kannst jetzt kommen wir zu platz 1 ok was ist jetzt platz 1 es gibt noch ein paar sachen t-shirt business ebooks schreiben dropshipping eigentlich ja das mit dem shop war noch was gibt es da noch schon es gibt noch ein paar schöne sachen deshalb bin ich sehr sehr gespannt natürlich gibt es auch diese reichweiten pinto ist aufbau pinterest kanal aufbauen instagram tik tok und so aber das ist ja dann auch meistens richtung affiliate marketing oder short auto sonst was eins der für mich besten methoden 2021 auch noch online geld zu verdienen und das ist der bereich self publishing selbst ok ebooks schreiben coole sache ist bücher zu schreiben bücher zu veröffentlichen und das ganze ohne eigene startkapital sogar ohne dass du ein einziges wort schreiben muss ja auch hier das ist immer so ein bisschen kein eigenes wort und so ja weil so plr sachen und so ist also ja investiert lieber was für einen guten text da der der ebook schreibt oder so zum thema und informiere dich auch wie du gewenkt wie es bei amazon das ist das haupt ding nämlich das buch schreiben und so sondern auch wieder gewenkt wie es bei dem thema und ob das thema angesagt und 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 das ist eine methode die wird nicht immer und nicht überall vorgeschlagen ich mache das sehr sehr erfolgreich habe auch schon ein video dazu gemacht und ich empfehle dir das ganze zu tun tun über amazon kindle direct publishing als coole empfehlung ja so kdp wie funktioniert das im grunde kannst du jede art von büchern da veröffentlichen und bis zu 70 prozent tantiemen bekommen und du hast keinerlei kosten im grunde ist es so dass du deine bücher über das komplette netzwerk von amazon verkaufen kannst das heißt in ganz normalen amazon store findest du neben den ganzen millionen produkten auch deine eigenen bücher und jeder der möchte kann diese bücher bestellen und du musst nichts machen muss keine anzeigen schalten denn die werbung kommt auch automatisch über amazon und das tolle ist du musst gar nicht selber etwas schreiben wenn du ein hobby hast zum beispiel angler bist ja bei diesem beispiel zu bleiben dann kannst du natürlich ein buch schreiben dazu das veröffentlichen ein guide zu wie finde ich die besten laichgebiete oder was auch immer und dann wird sich das verkaufen du kannst es aber auch machen dass du überhaupt keine inhalte in büchern hast und trotzdem profitiert keine inhalte okay da bin ich jetzt mal gespannt also klar du kannst eine checkliste hochladen oder so wie packe ich meinen koffer und jemand kauft das auf 99 cent oder 2 99 immer gespackt meine besten bücher in den letzten monaten hatten keinen inhalt waren so genannte low content oder no content books das wirst du sagen wie es kann doch gar nicht sein antizbücher meint er vielleicht doch es kann sein und zwar funktioniert das folgendermaßen ich habe mal als beispiel hier raus gesucht wenn du ein gibt notizbuch für angeln ja dann findest du ja solche bücher da ist im grunde nur ein nettes cover mit irgendeinem coolen spruch oder schicken grafik drauf warum ist das dreimal drin zum beispiel die besten angler sind im januar geboren ja als tolles als geburtstagsgeschenk oder man reiche mir die rute der könig hat lust zu angeln das ist einfach nichts anderes als ein im eigenverlag veröffentlichtes taschenbuch innen drin befindet sich aber gar nicht großartig was außer wenn man hier in das buch mal reinschaut dann ist das nichts anderes als ein heft mit notizen 120 seiten liniert mehr ist das nicht ja und ja ist ein bisschen wenig oder aber trotzdem coole idee sondern kostet um die 7 euro 95 8 euro für das für diesen preis gehen diese bücher eben über den ladentisch und du brauchst im grunde nur ein nettes cover zu machen das kannst du dir beispielsweise über kann war erstellen selbst erstellen und dann einfach diese bücher hochladen und weil es so einfach ist einfach nur ein cover drauf zu packen und dann letztendlich nur ein paar leere blätter da drin zu haben kannst du dir gleich 10 20 30 bücher in kürzester zeit erstellen und vertrauen mir die werden sich verkaufen das kannst du mit notizbüchern machen du hast aber auch zum beispiel die möglichkeit hier vokabelhefte zu erstellen gerade zum schulanfang im frühjahr ist das immer gerne genommen und wenn du hier siehst wenn ich gerade da brunnen oder sowas draufsteht dann sind es in der regel auch entsprechende vokabelhefte die im eigenverlag veröffentlicht wurden also such dir ein schickes cover erstelle das dazu da brauchst du einfach nur in die innenseite einfach ein paar aber zahlt jemand 588 für ein vokabelheft linien und striche dran zu haben auch dass wir es definitiv ein low content book was im eigenverlag erstellt wurde und so kannst du dann unterschiedlichste branchen unterschiedlichste nischen ansprechen mit dieser methode ich habe dir meine einnahmen schon mal gezeigt in der infokarte habe ich dir das video verlinkt indem ich meine einnahmen vorstelle mit kdp publishing und ein kurs ebenfalls getestet habe von meinem kollegen eugen grinschuk den ich auch persönlich kenne der ein einsteiger schnuppern kurs für drei euro das tatsächlich so da kommen keine versteckten kosten dazu kein verstecktes abo oder sowas also für drei euro momentan erhältlich ein kurs entwickelt hat dann der dir zeigt wie meldest du dich in diesem store an wie kannst du entsprechende bücher veröffentlichen worauf musst du achten wie funktioniert das ganze und dann kannst du direkt mal erste luft schnuppern mit dieser methode ohne vor erfahrung tatsächlich online geld zu verdienen das schön ist ja cool du kannst diese geschichte ganz einfach skalieren um dir ein passives einkommen aufzubauen das hier so das war es jetzt auch schon ich sehe schon hey ist vorbei ja damit könntest du schon eher also mein favorit ist natürlich affiliate marketing ganz klar youtube auch genial gerade in verbindung beide sachen mein name ist michael kurz ich bin rucksack unternehmer ich habe hier noch zwei weiteren videos für dich checkt ihr auch einfach mal ab und lasst gerne ein abo da ich bin raus ciao